Also ich heiße Werner Braumbach, geboren am 30. Juli 1961 in Dessau. Ich komme aus einer Gartenstadt, also zwischen Elbe und Molde. Ja, was soll ich so sagen? Ich ging damals in der politischen Neuen Oberschule in Rannierbaum. Zur Schule. Leider, ich hatte nur acht Klassen. Na ja, die Zehnter bin ich nicht mehr geschafft. Ein Jahr bin ich sitzen geblieben, auf Deutsch gesorgt, wie in Mathematik. Und dann das andere haben sie mich zurückgestellt. Ja, kommt so zehn Jahre raus. Na ja, da kam die Lehre. Wie soll ich sagen? Na ja, ich habe Gärtner gelernt, Gemüsegärtner. Na ja, bloß zur damaligen Zeit, bei mir, gab es nur 450 Mark. Und da habe ich mich aufgemacht. Ich sage, na, gehst du ins Betonwerk? Na, im Plattenwerk. Na ja, da habe ich da gearbeitet. Und irgendwann, ich stand hier immer, immer an den Gleisen. Und dann kam der Drang zur Eisenbahn. Und dann bin ich nachher 1981 zur Eisenbahn hier. In einem schweren Rangierdienst. Den Bahnhof haben sie aufgelöst. Also Rangierbahnhof. Und dann, auch durch meine Brillentätigkeit. Ich ging nachher, 87 haben sie mich eingezogen zu einem vor Augen. Na ja, und das habe ich absolut nicht vertragen. Wenn da, mit der Auge und der nachher. Na ja, und ein Rangierer mit ständiger Brille waren, ist nicht erlaubt. Na, heutzutage vielleicht, ich weiß es nicht. Aber bei uns nicht. Da bin ich nachher vorgegangen, auf der Hauptbahnhof vorne. Habe ich ihn als Heizer gemacht, den Bahnhofskircher. Du, das waren wir gar nicht. Das waren wir gar nicht heute. Jeder hat dich gekannt. Mensch, was macht denn der? Der hat doch vorher Schrappen gelegt. Jetzt kehrt ich ja die Bahnsteige. Na ja. Na, was soll ich machen? Da habe ich gesagt, na, ich will nicht mehr. Und da bin ich als Haferlandtuch gemacht. In Brandenburg, Rom. Na, habe da noch gearbeitet. Ich hatte Hemdweh. Wenn jeder weiß, was Hemdweh ist. Na, das ist was ganz, ganz kräftig ist. Und irgendwann hat mich dann die Sehnsucht gepackt. Ich muss nach Dessau. Wieder nach Hause. Und was, ich wollte hier auch in unserer Region noch bleiben. Na ja, ich in Dessau angekommen. Na ja, gut. Da bin ich erst mal ins Obdachlosenheim. Na ja, wo, 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 wo sollte ich hin? Na, und dann nachher, von, von, von Dessau nachher her. Ja, das hat ein paar Tage gedauert. Ja, aber ich habe es geschafft. Tja, jetzt momentan, wo ich, ich habe keine Werkstatt mehr. Ja, sonst habe ich nebenbei noch Modellbau gemacht. Na ja, ein bisschen Fernsehen gucken. Ja. Was soll's. Ich würde selber wieder, wieder arbeiten gehen. Bloß, ich hatte ja, wie gesagt, Anfang des Jahres einen Unfall gehabt. Ne, also, ich würde zu gerne wieder arbeiten gehen. Und, na freilich, wir sind mit der Arbeit groß geworden. Ja. Von Kindesbeinen an. Bloß, wenn man nicht mehr so richtig treten kann. Oder laufen. Ja. Dann ist natürlich, shit. Ja. Nein, nein. Um Gottes Willen, na. Von Hartz IV leben. Ach, nein. Das hätte ich mir an meinen Kindertagen nicht mehr geträumt. Und, immer arbeiten, immer raus an der Basis. Na, aber, na ja, aber was soll's denn. Ich habe eine schlimme Kindheit hinter mir. Ich war im Kinderheim. Ja. Meine Mutter. Und, äh, war, ich möchte es nicht gerne sagen, eine Arbeiterin, aber, sie hat ein bisschen drauf gemacht, sie war Alkoholiker und, na ja. Und, na ja, ich muss sagen, ich war im Kinderheim gewesen, ich habe der Hölle durchgemacht. Und, äh, in unserem damaligen Staat war, war nicht alles schlecht, aber, na ja, die helle Wasser werden, in der Hinsicht, für uns Kinder. Und, na ja, wie, wie, wie heutzutage hier, äh, na ja, wo man dem Ding so nachgeht, gab's hier bei uns nicht, ja. Ja. Da haben sie einfach die Kinder weggesperrt, ja, und fortab, na, und ich habe mir eins gesagt, die Kinder, die ich mal habe, sollen sie nicht so haben, wie sie ich mal hatte. Ja, ja, mit Arbeiten, Schufterei, und, und so weiter, ja. Ja, so war's halt. Der, der Vater von mir, na ja, der auch mein, seinen Namen, der war, Entschuldigung, der war, äh, da war ich ein Jahr, da war ich gestorben. Ähm, und dann hat nachher meine Mutter noch mal geheiratet, ein Egerländer. Na, das war ein jezolliger Mensch, na, damit's gerade, na ja. Ja, ich will da nicht weiter drüber eingehen, na, hat er mal das Beil nach mir geschmissen, na. Na, 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 also, muss, muss ich nicht drüber, wohin, nein. Mich jetzt manchmal so wie die, wie die Waschmaschine. Ja, wenn ich im Bettchen lehne, die Gruppe, und dann, manchmal lehne ich abends halb acht da hin, und wache früh um drei auf, dann kann ich nicht mehr schlafen, na, wir kommen manchmal auf die Tränen, glaub. Gräbelst danach, und das, und dies, und, ah, ja. Ist gar nicht mehr immer so einfach, na, na ja. Na, na ja, ich rappe mich selber wieder auf. Na, ich denke, es muss weitergehen, es muss vorwärts gehen. Mir fällt halt, wenn man richtig froh. Ich meine nicht, äh, äh, du, was manche so denken, für die Geue, nein, die ihnen ein bisschen Haushalt macht, und das, ja, deswegen. Was zum, was zum Kuschen, zum Liebern. Ich bin ja auch ein bisschen Mann. Das ist so. Na, und bei mir hat es eine Frau gehört, das stimmt. Und ein Kind darf sie gerne, gerne mitbringen. Wenn, wenn ein Kind da ist, also, wunderbar. Na, ich meine, wie ich verheiratet war, also, und es waren keine Kinder, halt. Aber, ich hab noch eine ganze, die ganze Schule unten klingen können, die hatten da einen bei, und da freu ich mich jeden Tag. Das ist so. Wie kam es denn dazu, dass du Schüler in Notgewohnung bist? Ja, das kann ich dir ganz genau sagen. Schuld war der Riedel Manfred. Unser ehemaliger Bürgermeister. Ja, ja. Das war der Urheber. Der hat mich jedes Dores im Bauhof, wo ich, hab ich mal gearbeitet, abgeholt. Und, dachte Werner, wir brauchen, wir brauchen einen neuen Lotsen. Ich dachte, na, wo hin denn heute vor? Komm mal mit zur Schule. Na, und da war der damalige Rektor, der Max Mauritz noch, der kennt sich auch sehr gut. Da. Das ist euer neue Lotsen. Hier stellen wir dich hin. Gott helfe dir an. Und da, und da bin ich immer noch. Bei Wind, bei Wetter. Die Kinder sind für mich, äh, erste Priorität. Meine Kinder sind das Leben. Na, und ja, ich mag es halt so einfach. Nach all dem, was ich erlebt habe, na, würde mich ja nicht wieder rauf angeschön. Und ich versuch's, mit besten Mitteln, so wie ich's komme. Na, ja, den Kindern das zu geben, was, was mir halt verborgen blieb. Na, das ist es ja. Ja. das ist ja. Vielen Dank.